So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Ähm, ich nehme das erste, also die Shadowplay-Aufnahme sah gut aus. Dementsprechend werde ich das jetzt mal nicht mit OBS aufnehmen, einfach weil dem fehlt ein Windows-11-Update. Am Rechner kann es auf keinen Fall liegen, dass es da Probleme gibt. Ähm, zumindest eher an der Kompaktivität. Ähm, ich will jetzt mal nichts sagen, aber ich brauche dringend, bevor ich weitergehe, will ich nochmal zurück in die Schule. Kann ich in Hogwarts nirgends schnell reisen? Ich finde die Karte nicht so super. Die ist irgendwie, ich weiß nicht, man könnte, ich finde, man sollte die Karte drehen können, aber vielleicht habe ich sie auch nur noch nicht herausgefunden. Das ist schön. Die ist super. Ähm, b-b-b-b-b-m. Ach, was will denn? Weißt du, da bist du einmal unter der Woche mal in der Aufnahme und denkst dir so, kannst du mal ein Stündchen machen? Aber dann, vielleicht sollte ich soweit spielen, bis ich fliegen kann, aber ich brauche dringend Tränke. Ich weiß halt nicht so genau, wie ich da jetzt noch großartig... Au. Ja, Mehrlingsprüfung habe ich doch, oder nicht? Ähm, bis ich halt fliegen kann. Wenn das überhaupt möglich ist, ich habe keine Ahnung, es soll auf jeden Fall möglich sein. Oho, welch angenehme Überraschung. Akio! Na komm. Ich weiß, dass ich mit dem Ding irgendwas machen muss, aber ich kann es ja kaum bewegen. Ich kann ja kaum was machen. Nachrichten? Keine Ahnung, vielleicht bin ich da... Hallo, ich habe doch... Helen. Grüß, ich bin froh berichten zu können, dass meine Schwester Helen den plötzlichen Angriff in Azkaban überlebt hat. Sie sagt, sie sei Anne nicht böse, so schrecklich die Gewalt auch war. Nachdem sie die Zustände in Azkaban wiedergesehen habe, überraschte es Helen kaum, dass Annes Verstand so erschüttert ist. Es schien, dass sie Jackdaws Geist gefunden und ihn von Anne erzählt haben. Helen lässt ausrichten, dass er offenbar versprochen hat, mit dem Ministerium und Helen zusammenzuarbeiten, um herauszufinden, ob und was für sie getan werden kann. Das ist doch schön, aber kann ich da irgendwas braun? Muss ich das hier machen? Aufträge, Rollenpost, Einstellungen, Herausforderungen, Sammlungen... Warum kann ich denn... Okay, dann ist das so. Ich muss erst mal gucken, dass ich hier wieder hochkomme. Ich wusste gar nicht, dass ich so tief gefallen bin. Ich will mal gucken, ob ich in den Einstellungen ein bisschen das POV runtersetzen kann. Hochskalierungsschärfe, Low-Lass-Reflex-Wertig. Ja, machen wir maximal 144 FPS. Das ist soweit okay. Sichtfeld. Ich merke davon nichts. Ich befürchte, ich habe nicht gespeichert. Oh, das ist doch nervig. Ich mache doch eine Einstellung. Oh, man muss ja speichern, bevor sie angewendet wird. Das ist doch blöd. Hä? Okay, das muss ich jetzt zurücknehmen. Weil gespeichert hat's. Aber ich verstehe nicht... ...was das bedeutet. Warum konnte ich mich nicht gleich hierhin teleporten? Ich sehe halt echt aus, als würde ich überhaupt nicht hingehören. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich was brauen kann. Das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig, wenn man das halt nur so Stück für Stück macht. Sammlungen. Zaubertränke und Zauberpflanzen in deine Werkzeuge gerade zugewiesen werden können. Werkzeuge können an Tränkestationen und pflanzt sich... Werkzeuge können an Tränkestationen... ...ja, wo finde ich denn eine? Wo finde ich denn jetzt erstmal den Eingang? Dass ich hier überhaupt hinkomme, das ist... ...das ist eigentlich komisch. Das ist jetzt eigentlich nicht so eine typische Zaubereischule, dass man hier einfach über eine Brücke reinkommt. Ich muss doch irgendwo einen Haupteingang geben. Ja, da sollte ich mir vielleicht mal... ...soll ich vielleicht mal in den Haupteingang reingehen. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Kann ich ja nicht... Oh, schade, ich würde jetzt einfach mal gerne... Geht das? Geht das? Oh, komm schon. Geht bestimmt irgendwie irgendwann. Das ist doch kein Hogwarts-Eingang. So, jetzt muss ich mal was gucken. Gut, ähm... Trankstationen. Es wäre schön, wenn da man das irgendwo... Solarporium, Zauberkunst... Fettigkeit, Teiligung, Unterrichtsverwandlung... Nein. Tierwesen ist noch nicht freigeschaltet. Große Treppe. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin, aber okay. So, an der Karte müssen sie noch arbeiten. Die ist echt... Die ist nicht so toll. Die ist... Die ist komisch. Die ist wirklich komisch. So, was haben wir denn bei der großen Treppe? Die große Halle. Unterrichtsraum. Hier, Unterrichtsraum. Zaubertränke. Hier sieht's doch schon... So danach aus. So, hier kann ich hin. Kann ich das erweitern? Zaubertränke zerstören? Nein, will ich nicht. So, was haben wir denn hier? Guck mal, ich mach jetzt einfach mal so viel, wie ich kann. Ich hab so das Gefühl, das wird ein ziemliches Farmspiel, was an sich ja gar nicht schlecht ist, ne? Dass man nicht einfach hier die Quests durchrusht und Feuer frei, sondern... Lassen wir da schon ordentlich... Trifte ich mich mit Ricker, Richard, Jackdaw im verbotenen Wald. Ja, dafür muss ich mich aber erst nochmal ausrüsten. Ich sollte vielleicht mal auf Dauer einen Timer mitlaufen lassen, weil ich hab keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. Vorher hab ich das halt mit OBS aufgenommen. Es ist halt auch komisch, dass man da irgendwie... Es ist ungewohnt, dass man mit dem rechten Stick die Karte bewegt und mit dem linken Stick den Cursor. Ich will nicht sagen, es ist komisch, es ist ungewohnt, okay? Rezept. Okay, es ist aber auch nur temporär. So, dann wollen wir mal gucken. Schade, ich dachte, ich könnte mir jetzt hier so ein Grillhühnchen machen. Au! Das war gemein. Hallo, Hirsch! Na gut, macht aber nix. Bin ich blöd, was ist denn mit dem Mikrofon los? So. Wesentlich. So. Wunderbar. Hoffe ich zumindest. So, dann müssen wir mal gucken, was es hier unten gibt. Blutegelsaft. Das ist auch wieder so eine Sache. Da gibt es auch bestimmt auch irgendwas. Ich weiß nur nicht, ob ich da hin soll. Wilderer Durlantin. Der hat gesessen. Ja. 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 ist. Aber es hat mir auch gut aufs Maul gegeben. Hat aber auch gut was gegeben. Okay. Wunderbar. So, da will ich mich mal mit dem Lümmel hier treffen. So, Sekunde, Sekunde, Sekunde. So, jetzt. Sag Intramuros. Ich glaube, das ist Latein. Oder Griechisch. Wie du dir denken kannst, habe ich in der Schule nie gut aufgepasst. Wollen wir? Tja, wo das hingeführt hat? Gibt es neben der Vogeltränke noch etwas zu beachten? Warum hat der so eine Roboterstimme? Ja, es gibt einige Orientierungspunkte. Steinbrücke, ein Wasserfall und ein See, denke ich. Du wirst schon sehen. Das war sehr hilfreich. Danke. Es ist erstaunlich, wie viel mir unglücklicherweise wieder einfällt. Ja gut, ne? Sollte es schon. Ja. Mit jedem Schritt, den wir uns nähern, kehrt mehr meiner Erinnerung zurück. Am besten lasse ich dich nun allein. Bleib einfach auf dem Weg und halte Ausschau nach der Vogeltränke. Adieu. Ist das jetzt Latein? Oder doch Griechisch? Archeo. Regioso. Incentio. Inpegian. Regioso. Acheo. Bottego. Pelliam. Acheo. Aua. Alter Schwede. Was geht denn hier ab? Das ist ja schlimm. Da muss ich ja extrem aufpassen. Ich muss vor allem, äh, ich stoppe jetzt hier mal. Unabhängig davon, wie weit wir jetzt mit der Aufnahme sind. Ich muss die Aufnahme prüfen, wie es mit dem Sound passt. Bis dann. Und dann ist ja auch die Aufnahme,